da wusste ich gerade nicht was hintergrund und was vordergrund ist ich mache die stromleitung kaputt ich bin es nicht war es nicht tut mir sehr leid liebe sei überhaupt das war knapp dieses elektrizitätswerk ich war nicht schuld wo muss ich hier kein weiterkommen und wieder zurück sich hier groß pendeln muss hier wirklich groß pendeln meine güte wie soll ich denn da hinkommen leute ihr habt ihr euch das vorgestellt da ist noch nichts auch noch nichts das ist das alte das reicht noch nicht okay das ist zu viel muss man hier echt so millimeter arbeit bis nach unten noch ein stück da habe ich so dass das maximale was darf über tier dann kommt ich hin oder wie soll das gehen ich versteh es nicht ach hier glitzerts. Ich kann hier klettern. Ich verstehe. Okay. Man sollte halt aufpassen, wo man ist. Glitzern bedeutet, man kann klettern. Mein Fehler. Natürlich mein Fehler hier. So. Das macht das Ganze natürlich einfacher. Zack. Viel einfacher. Jetzt kommen wir hier auch ganz einfach rüber. Zack. Oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh oh. Okay. Das ist eine Timingssache. Ist eine Timingssache. Ich muss mir das zurecht pendeln. Das ist cool. Das ist eine coole Mechanik, diese da einbauen. Eine echt coole Mechanik. Das gefällt mir sehr gut. Hier geht es nicht weiter. Hier geht es nicht weiter. Was ich in dem Level bis jetzt noch vermisse, sind Knöpfe. Ich habe keine Knöpfe bekommen. So ein Level komplett ohne Knöpfe hier. Ich habe noch keine Knöpfe gesehen. Was das Ganze jetzt noch mit Bergsteigen zu tun hat, frage ich mich aber. Ich bin doch hier gar nicht mehr Bergsteigen. Äh. Äh. Jetzt bin ich wieder hier oben. Äh. Da kommen wir nicht weiter. Oh, da oben ist was. Hier muss ich hin. Es gab also den unten Weg und den oben Weg. In die Richtung geht es aber auch weiter. Gehen wir in die andere Richtung. Gut, hier geht es nicht weiter. Suche immer noch nach den Knöpfen. Ich will ja hier Knöpfe suchen finden, aber... Bin ja keiner. Ach guck mal die Liebesschlösser. Wer kennt sie nicht? Die haben natürlich bestimmt auch eins angeboren. Ach, wie niedlich. Liebesschlösser an Brücken. Und dann bin ich auch schon durch. Oh, 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 oh. Bleib da. Oh, oh. Zwei Köpfe. Zwei Köpfe. Vergänglichkeit freigeschalten. Oder war es Unvergänglichkeit? Ich konnte es nicht genau erkennen. So, auf jeden Fall neue Bilder jetzt wieder. Ebenbruch. Schauen wir uns jetzt an. Zack. Entgleist hieß das Level. Kann ich eigentlich die alten Level noch sehen? Stimmt, ich kann das ja. Oh, guck soll ich das an. Ich kenn ja wirklich alles durch. Dann gehen wir nochmal an den Anfang. Ich glaub ich hab die ganzen Titel die vorgelesen. So. Distel und Gräser. Wie schön es war, als es neu war. Wie schön es immer noch ist, obwohl die Zeit es verändert hat. Dann kamen die Bilder von zwei Kindern. Ach, das sind zwei... Das ist ein Junge und ein Mädchen, die sich schon seit klein aufkennen. Manche Orte liegen weit, weit von allen Sorgen und Problemen entfernt. Sie sind Schätze. Okay. Kann man sagen, mehr zu zweit und haben gespielt. Yeah. Bärenmoor. Kann man wirklich wertschätzen, wie besonders oder schön etwas ist, wenn man nicht weiß, was es gekostet hat, es zu bekommen? Wenn man nie dafür arbeiten musste. Okay. Bergwanderung. Der Himmel ist hier irgendwie höher. Hier zählt ein Atemzug für 10. Wir können uns hier verlieren, aber wir sind niemals verloren, weil wir hier zu Hause sind. Okay. Tiefgründige Sätze. Und das Neue heißt entgleist. Man kann sich ein Leben lang fragen, was am Ende des Weges liegt. Oder man kann es selbst herausfinden. Es tut weh, jemanden gehen zu lassen, aber manchmal ist es notwendig. Uh, das klingt aber traurig. Ah, die ist weggezogen. Bestimmt weggezogen. Ja, die ist mit dem Zug weg. Ah, okay. Meine Güte, diese Story ist deep. Und wahrscheinlich ist sie, die Oma, die erinnert sich jetzt an die Zeiten zurück, wo sie jung war. Boah, bitte sag mir nicht, das ist so eine Rückblickssache, wo die Oma sich jetzt erinnert, als sie noch jung war. Aber das fände ich jetzt schon irgendwie traurig. So, also entgleist hatten wir gerade. So, da wollen wir nicht hin. Unten im Loch. Nehmen wir jetzt unten im Loch. Nächste Geschichte. Oh Mann. So. Das Bild sah gerade eben noch viel schöner aus. Jetzt sieht das eigentlich wie nach Industrie aus. Neben war da noch Wald. Ich finde die Tiere immer gut gemacht. Also die Natur, das haben sie echt hübsch gemacht. Also da muss man die Macher echt loben. Da ist echt bildhübsch. Oh. Oh. Ein kleines Männchen kriegt Angst, wenn es blitzt. Oh, das ist auch gerade... Oh, wow, 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 wow. Meine Güte, das ist echt deprimiert gerade das kleine Männchen. Was ist hier los? Die Geschichte jetzt so tief? Boah. Das hat keinen Faden mehr. Das hat keinen Faden mehr. Da oben ist der Faden. Okay. Aber das sieht echt nicht glücklich aus hier. Die Ohren, die stehen gar nicht so hoch. Das... Das ist echt richtig ängstlich. Hier das Gewitter, das macht ihm echt zu schaffen. Oh, oh. Was ist mit dem Kerl passiert? Wird von der Polizei weggeholt. Das ist nicht gut. Oh, ich glaube... Nee, ich glaube ich muss das anders da machen. Guck mal da hinten. Ich glaube, ich muss das Schild ziehen. Kann ich das Schild ziehen? Ah, warte mal. Vielleicht funktioniert das, wenn ich das da drauf stelle. Kann ich dann das Schild schieben? Halt. Aber jetzt komme ich da nicht mehr hin. Und dann habe ich das jetzt schon kaputt gemacht. Dann muss ich nochmal neu anfangen. Ah, doof. Ja, Mist. Okay, wie soll ich denn da hinkommen? Kann ich das doch nicht schieben? Dann komme ich nicht mehr hin. Komm nicht mehr... Doch, ich komme noch dran. Jetzt. Kann ich das Schild schieben? Nee, ich kann das Schild nicht schieben. Hä? Ach, hier komme ich jetzt hin. Ah, okay. Ich komme hier rüber. Da oben ist noch mehr Faden. Okay, okay. Also hier... Knoten hin. Und da drüben Knoten hin. Und schon geht das Ganze wieder. So, da holen wir uns neun Faden. Oh. Nee, so nicht. So nicht, mein Junge. So nicht. So nicht. Ups. So, mehr Faden für mich. Alter, es sind nicht mehr so viel Faden wie früher. Kriegt echt weniger Faden. Und... Jetzt echt echt drauf waren. So, und dann muss ich jetzt hier drüben. Boah. Tut auch weh. So. Lass mal wieder Faden holen. So. Was ist das? Mülltonne? So ne, so ne, so ne. Abfassertonne. Einen Haufen Raben immer. Oh. Ich hab schon wieder keinen. Ah, da hoch will ich. Okay. Ich seh. Ich seh's. Hier hin will ich. Bei dem Gewitter. Muss man echt aufpassen hier. Wenn nicht vom Blitz getroffen wird. So. Nein. Ist. Was war leichtsinnig. Machen wir mal hoch. So. Kann ich hier hoch auf den Ast schon? Ja. Kann ich. Sehr gut. Jetzt hab ich wieder fahren. Komm mal wieder zurück. Okay. Könnte ich da vorne das machen? Von mich da. Oh genau. Jetzt kann ich da. Von der Stelle konnte ich. Ohne. Ohne, dass ich das gebrochen habe. Hier sieht's wieder. Oh. Guck dir das an. Giftmüll wird hier abgeliefert. Abgelegt. Einfach so. Giftmüll. Was soll das? Ach ne. Braucht das Teil da unten. Braucht das Teil. Deswegen die Brücke. Auch das Teil hier. Damit ich hier hochkomme. Okay. Kann ich hier machen? Hm. Warte noch nicht. Was kann ich hier machen? Oh. 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 Ich weiß jetzt was ich brauche. Ah. Ich wollte da hoch. Wo musst du? Hm. Okay. Ich verstehe. Ein Fehler. Hab verstanden was ich machen soll. Ich habe verstanden. Alles gut. So. Einmal. Zweimal. So. Runter. Nicht jede Brücke ist zum springen da. Manchmal muss man auch einfach nur Sachen rüberschieben. Mal kurz über die Kopfhörer. Die Kopfhörer drücken gerade ein bisschen. Bisschen. Na. Dann komme ich jetzt nicht hoch. Ich bin zu dick geworden. So. Jetzt. Oh. Moins. Ja. Aber da kann ich ja nicht rüber. Hä? So. Soll das jetzt funktionieren? Ich hab das jetzt. Also nur eine Stelle wo ich. Wo ich. Äh. Hinflüchten kann. Ja. Warte mal. Das war jetzt. Das war jetzt doof. Jetzt hab ich's ja falsch rum gebaut. Da hab ich wahrscheinlich nicht mehr genügend Seil. Egal. Wir rollen's erstmal rüber. Hallo. Will er drauf? Komm. Dann da hin. Dann das. Oh. Das war doof. Wenn ich auf der Tonne bin, bin ich auch schon tot. Hm. Ich hab jetzt gehofft, dass das funktioniert. Funktioniert's aber auch nicht. Hab noch nicht die Idee wie das funktionieren soll. Nein. Ich will nicht da runter. Runter. So. Hoch mit dem Ding. Und drüber mit dem Ding. So. Ähm. Schieb 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 schieb. So. Okay. Leicht lang. Ja. So. Hoch mit mir. Fällt das. Ja. Aber wie soll ich denn? Vielleicht muss ich weiter wegrennen. Hier ist ne Stelle. Nee. Nee. Die hilft mir auch nicht. Vielleicht hätte ich noch weiter wegrennen müssen. Okay. Dann rennen wir nächstes mal noch in der Stelle weiter zurück. Oh. 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 Vielleicht hier in die Lücke. Oh. 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 Wie weit soll ich zurückrennen? Oh. 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 Das war schlecht. Das war ganz schlecht gemacht. Äh. Verdenken. So. Bin ich hier unten. Jetzt kommt die Angeholt. Jetzt lauf ich weg. Lauf ich mal noch weiter weg. Geh ich da runter. Ah. Okay. Das hilft. Ah. So muss ich den ganzen Weg zurück. Soll ich mal wieder faden? Oder blubberts. Oh. Ist das widerlich. Da haben sie Giftmüll. Ah. Da drehen ihm die Augen dem kleinen Kerl. Oh. Wo will er hin? Weiß nicht wo er hin will. Nein. Lauf kleiner. Lauf. Oh. Okay. Oh ne. In die Säure geflogen. Ah. Krutzel. Wo arm er. Wo arm er. Kerl. Okay. Also. Wir müssen uns jetzt hier mehr konzentrieren. Ah. Deswegen. Wenn der Sprung so kompliziert ist. Nein. Okay. Ich muss auf den Fässern bleiben. Okay. 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 Verstehe die Mechanik. Okay. Dann hier was. Da was. Dann machen wir hier wieder eine Sprungstraße. Oh. Das ist also die Geschichte wird man jetzt gar nicht mehr. da. Äh. Wo da rüber. Oh. Da kann ich nicht hin. Ah. Vielleicht muss ich einfach nur da hoch. Noch was. Ne. Ne. Da ist aber nichts. Ne. Muss ich mit dem Pendel machen. So. 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 Eine schöne Story davor. Jetzt ist es. Es ist so. Widerlich. Da gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Das ist. Das ist. Das ist. Das ist schon. Gesellschaftskritisch. Hier. Jetzt gehen wir erstmal hier runter. Da unten. Da ist noch mehr davon. Okay. Kann ich hier machen. Und dann. kann ich wieder hoch springen. Okay. Aber warum. Da ist auch noch ein Sprach und sich nicht verbinden kann. Komm ich auch nicht hin. Irgendwie will ich da nicht hin. Da will ich eigentlich auch nicht hin. Also. Das ist wieder ab. Ich gehe erstmal wieder hoch. Noch weiter hoch. Noch weiter hoch. Ne. Ich komme da gar nicht hoch mehr. Ich komme da jetzt nicht mehr hoch. 다 hoch. tengo die auch immer hoch. Ich komme da nicht mehr hoch. Vielen Dank.